Der Titel ist 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 Und Der Titel ist 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 Und Der Titel ist Der Titel ist Der Titel ist Und 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 Der Titel ist Und Und Der Titel ist 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 Wenn ich kriege, dass die dieitsche Übersetzung wird, wenn die dieitsche Übersetzung steht und ich sage, den Knäppel und die wirkliche Übersetzung erreicht wird, wenn ich sage, den Knäppel ist, dann muss ich bloß die englische Übersetzung bringen und dann steht die Plotdieitsche. Aber ich sage, lege es über unsere Sprache in ihrer falschen Zeichnung geben. Das ist eine große Sache, da können sie sehr verschulden. Und Lukas saß, vor drei bis vier bis vier bis vier, sagte, wenn Sie einen gelten Baum haben, haben Sie keine schlechte Frucht und der schlechte Baum haben keine gelde Frucht. Jeder Baum kann es an seine Früchte kommen. und er plägt nicht Fähien aus Tüsteln, das ist ein Specherbäscher, oder Wien drüben von einem Brambeerbäsch. Ein gauder Mensch wird aus dem Gouden in seinen Hort gaudet von den Dach bringen und ein schlechter Mensch bringt von dem schlechten in seinen Hort schlechter von den Dach. Weil es von dem Hort voll ist, rettet Müll. Ich wollte nicht sagen, wir wollen perfect sein, wir sind doch Menschen, wir sind hier noch happy, wir wollen nicht kein perfect sein, aber wenn du von Gott geboren bist und der Heilige Jesu und die Regierung wird gaudet von der Rückkommung. Das wird geschaffen, wenn du das in einem Baum plant, in einem Opelbaum, und das ist ein gesünder Baum und das ist ein besonderer Baum, und das ist ein besonderer Baum, du kommst schmackig, scheinbar ab. Aber wenn du ein kranker Baum plant und das passt nicht ab, denn das wird ein bisschen eurer Saffer und warm und weit wird sein, das wird ein Frucht sich geloten, da wird bloß nicht gaudet von der Frucht. So wird das für einen Baum erst, du nur erst die Frucht. Ich sage, wir können nicht viel in Pläten von Speckerbäschern, das sind jäufer Quächt, das schafft nicht, das sind ganz untere Salzstieder. Die Kostung nicht wie in drüben, was ohne Rankenwurzen von den Brombeerbäschpläten. Das sind ganz untere Salzbäscher, das geht nicht, doch die Einkost von den anderen Pläten, einweichel von den anderen, das ist nicht mächtig. Korrekt heißt, das ist nicht mächtig, du in ein gelder Baum kann schlechte Frucht bringen, oder ein schlechter Baum gaudet von euch. Und der wird, was wir brücken, dann ist das, zu sagen, was du für einen Baum bäst. Das ist nicht für uns zum Rechten, aber doch, das ist für uns zum Kahn, was du bäst. Gott hat uns das gesagt, ein garer Baum kann ich schlechter bringen, ein schlechter kann ich gaudet. Du, ich sage, das ist wichtig, wenn wir uns anhand gejält, und wir gehören, Gott, sind jetzt und das Luten regieren, um die Macht geben, ans Hort geben, so dass der Kahn die Gäude Frucht über uns rückbringt. Eigentlich kann ich nicht allein, und so braucht den Haupt von den Heiligen Gäste, und das wird Gott nicht gesagt haben, oder Jesus zu seinen Gängern, dass man eigentlich von hier weicht, wenn man hier nicht sieht, dann will ich einen Haupt schicken. Der Heilige Gäste ist mir, den Haupt, der ist, der wird die Föderleis äußern, während das Merk und was und während das rückbringt. Wir hatten am den Möch Luten in uns dort da. Aber wir sind wichtig, dass wir abhören, was wir sagen, dass wir uns Möch begrenzen oder beworben da. Und was passiert an die bewiesst, was die den Heiligen Gäste von Möch gab in dem Leben oder nicht. Sprecher, eigentlich verstreuend finde ich, sage ich, wer die Möch in seiner Tau für sich hält, bewahrt sich du durch der Trübel. Wer den Möch in seiner Tau holen hat, meint nicht so leicht sein zu mir was sein, wenn Dinge durch denken ist, oder was sein das. Er sagt, wer die Möch in seiner Tau hält, bewahrt sich du durch Trübel. Das meint, du wirst die viel Trübel sporen, wenn du nicht so leicht rück beßt. Jakobus 3, Vers 5 sagt, so ist der Tau ein kleines Glied, er kann große Dinge anrechnen. Was für ein groter Wild kann doch mit ein kleines Vieh eurer steck werden. Ein kleines Lehren zu vertellen, ein kleines Fortschritt Zeichnis geben, ein bloß eine Geschichte ein Klinike verdrehen damit unnach ist, kann Falken sehr große Trübel anrechnen. Bei Arbeit hat von Falken vielleicht sind begegnet, wenn wir aufgängst über den Nächsten und gleich eine Arbeit zu haben und von Klinike verzeihen. Vielleicht ist ein Pot wie so. Und da bloß ein Klinike merken hier in Falken kommt ein Trübel und vielleicht fliegt die Arbeit nach bloß der Nächste kann kriegen und Heiwahl er sagt ein Klinike viel kann in Grauter Welt Duhl brennen. Er saß immer an sie wird. Heiwahl und Jakob saß und sagte wenn wer meint hat Gott däunt und kann seine Tung nicht in Tung halten das schmerzt sich an und so man ist Gott es für Jephs. Du kannst vielleicht diese Däun aus du bist in Christ und vielleicht kannst ich auch absteuern und was im Punkt und Dach sagt sie wird ihre Tung nicht halten und schmerzt sich Salz an. Wenn du kannst uns bitten was ist du was wir sagen oder nicht sagen aber wenn wir das allein proben dann wollen wir einmal kurz fuhlen. Das ist nicht möglich dass wir können all diese Dinge dann bloß an Salz weil ich habe gewollt oder geproft. Der Herr ist uns halber da den der macht und das am luten regieren dann ist das alle taub und er sagt was passiert ist und steht an dem mit stehen und proben. dann ein sprich das war ein noch das wir sagen in dem körper sind aber ich verweiten das sogar ein noch wird aus wehr sein wenn er lehrt stolter sein wenn er sie mell tau hält wird er verständ sein für ein mit viel Wird machen Glück zu hören. Die Dauer, wir vertellen, wir sagen, die Dauer wollen die Menschen glauben, dass wir wirklich Glück sind. Die Dauer, wir sagen, wir sagen, wir müssen nicht mehr sagen, wir reden, wir sagen, nur, wir sagen, wenn wir sterben bleiben. Wenn ihr die Mühle zu halten, wir sagen, wir sagen, wir sagen, in Titus 3 Vers 2 sagt es, sie sollen über unsere nicht schlachtreden und alle Menschen friedlich, frendlich und leifthulig sein. Wir sollen nicht schlachtreden und doch erleiber friedlich, frendlich und leifthulig sein. Vers 3 Vers 3 Vers 3 Vers 4 Vers 4 Vers 5 Vers 5 Vers 4 Vers 5 Das, was die Brücken ist, ist in ihrem Zusammenhang wichtig in der Zusammenhang. Er sagt, Geht ihr, ihr Leben in Geht ihr, hülle deine Tungen vom Bösen, und deine Lappen, dass ihr nicht lese reden. In 5.5.19, ich sage, rede nichts, was die nächste Schuhe kann, rede bloß dort, wo euch die geholfen worden, die und hören. Wenn du dich genug hast, wenn du vertanest, dass du dich hören hast, soll an so einer vertanest, dass er geholfen worden ist, dass er geholfen worden ist, wenn du dich genug hast, dass du dich hören hast. All diese Wied, was wir haben, haben wir von Gott. Gott seine Wied, oder die Wied, wir haben uns geholfen, haben wir, die andere halten, und die andere Motivspreche, und auch Gott seine Wied, was heute selbst gesagt hat, sind sehr wichtig für uns. Und das ist, diese Motiv, wir haben uns an Fosseln, und uns damit fallen, sodass wir diese Dinge, kein Däun, ohne dass das gegräbt wird. Gott seine Wied haben wir zum Lernen, zum uns Trachwiesen, zum uns Hopen, sodass wir ihm kein Däun, sodass Jesus Christus was verheirlicht wird. Und du möchtest, du möchtest, wir uns fallen, du möchtest, es ist wichtig, dass wir dann, soviel uns möglich, in Gott seine Wied studieren, seine Wied lesen, sodass wir uns einmal mehr und mehr abfallen, damit er sehen wird, sodass es schlägt, dass du dann gleich rühmhaft. Matthäus, Feuer, sagt Jesus über Antwort, dort steht geschrieben, dass Gott seine Wied sagt, dort steht geschrieben, der Mensch lebt nicht bloß von Braut, ob er von alle Wied, der Gott gegräbt hat. Wir brauchen physische Nahrung, wir brauchen Eten, damit wir das Körper stark haben, wir brauchen Wetter in Eten, sodass wir keine Wiederschöfen und wir können die Kraft haben, zu tun, oder viel zu tun. Und dort sagt er, wir leben nicht bloß von Braut allein, ob er von alle Wied, was Gott gesprägt hat. Das meint, wenn du, wenn du in Gott siehst, wenn du studierst, was du wirklich gesagt hast, was du persönlich redest. Uns fehlt dort für uns die Gäste, dass wir nicht stark werden im Gäste, dass wir wirklich können, vor allem in deinem Leben und in deinem Leben sein. Psalm 109, jedenfalls 155, sagt er, die wird als eine Lump mit dem Weich bewiesen und ein Licht mit dem Stich zu bedachten. Gott sieht, wie es mir und die den Reichen weich zu gehen. Das ist eine Lump von uns auf dem Weich, wie kann es sein, wird erst der Reiche weich. In dieser Welt sind so viele verschiedenste Dinge, wo wir uns probieren, von dem Stich rauf zu kreieren, wo wir uns probieren, wenn wir uns das nicht merken und entwiebeln, wo es der Reiche weich ist, Gott sieht, dass es für uns erlaubt ist, was der Reiche weich ist. Und das ist ein Licht, wo wir uns wissen, wo der Stich ist. Wir können einen Staub ab einmal nehmen, aber wir können sagen, wo der Stich ist, dass wir ab dem Reichen weich gehen können. Wenn wir uns einmal zusammenkicken, sagen wir, wir sind ganz verdreht und verbiest, dass wir nicht mehr haben. Gott sieht Wut, wie es uns dort. Matthäus 24, 25, 35, sage ich dir, Himmeln in ihr wurden vergehen, und bei mir wird nicht vergehen. Gott sieht Wut, deshalb immer. Erstlich, Jezus erst dort Wut, Hei wird wie Gott, der Grund für die Heilige von der Welt. Hei wird wie Gott, da wird wie Gott, dass alles gemerkt wird, und dass nichts nicht gemerkt wird, was nicht durch die Heilige gemerkt ist. Hei ist dort Wut. Gott sagt hier, Himmeln in ihr wurden vergehen, aber sie wurde, sie wurde, was nie nicht vergehen. 1. Korinther 1, Verschacht hier, sage ich, für die, die verloren gehen, ist dort Wut, vom Krieg, so aus Ansehen, oder Anschuldigung, oder damit, nicht der Glauben, und halt, es bloß, eine Aschuldigung, gerede. Vielleicht, aber für uns, der wir säilig waren, es hat den Gottes gekauft. Du hast das, nichts nicht, was für mich und die, betreffiert sind, als das Jesus ohne Krieg hängt, der in Seh, dort erst vor dich. Es ist vollbracht. Ich hoffe nicht, betreffiert für mich und die, als Glaubende, als die Wut, wenn das meine, dass Jesus vor dich gemerkt hat, und die Gemeinschaft haben. Aber ich sage, für solche, die verloren gehen, hält das nichts an, als das Anschuldigung. Warum wollen die Menschen noch umbeten? Ich sterfe ja an den Krieg. Wie weit, er bleibt nicht dort. Er stöhnt, war er ab und er ist nicht begonnen, er reicht die Hand. Aber das andere, was ich glaube, für das ist ganz Anschuldigung. Warum, dein ganzes Leben, dein ganzes Glauben, hängt an das, das am Krieg wird. Du fährst, dass er bloß, wir gehen uns an, und da fährst, eine Gotteskraft. Was Gott, du hast für mich und die. Und alles, wie wir haben, Gott seine Wied, um uns wiesen, wo wir haben, wo wir leben, und was wir tun. Und wenn wir das mit dem Wied fallen, dann können wir, dann können wir, ein besserer Mensch sein, in unser, wo wir wohnen, und gerade drei Segen sind, oder was Gläubige sind, was Rommens sind. Aber wir wollen einen Tag, für jeder Wut, was wir sagen, wo wir Rechenschaft geben. Für jeder aneugert wird, ja, ob er für alle wird, was geht oder schlecht. Jeder ein von uns, das sei viel, wie wichtig, zu hängen, wort wir wirklich sein. und dann, Römer 4, Vers 12 sagt, du will ihn, mit ein Giedra, von sich selbst, vor Gott, Rechenschaft geben. Du wirst keiner nicht bringen, in denen steht, vor Gott stehen, und du kannst auch für keinem. Das ist nicht eine männliche Sache. Keiner lebt für dich, und du lebst für keinem. Er sagt, ein Giedra mit vor Gott kommen. Das ist ein bisschen ein Missverständnis. Die Christen wurden vor Gott in den Rechenschaft gekommen, und wurden belohnt worden, vor Gott oder Schlecht, was sie getan haben. Da wurde vor Gott gekommen, an den großen Gerechtstag, als für dich, die nicht glauben. Die sind verdammt, die kommen vor Gott, und er wird ihnen ihre Belohnung gegeben. Der Gerechtstag ist ganz das Wort für die Glaubenden. Aber auch wenn wir lesen, in Johannes 3, Vers 10, durch 8, dann sagt er, Gott, was sind die Leute für diese Welt, das haben sie den einzigen Sehnschrecken. Alle werden am Glauben nicht verloren gehen, und dann sagt er, ich komme diese Welt nicht nach dem Rechten, aber wir können gerät werden. Dann sagt er, was sind die nicht Glaubenden, sind alle gerecht. Was sind die Glaubenden, die werden nicht verloren gehen. Das ist ein Gerechtstag, das sind zwei Pots, das sind die Glaubenden, das ist ein Gerechtstag. Wir werden Christus den Rechten erstellt kommen. Aber das ist von der Grund unter der Jussiak, und das sind die nicht Glaubenden, die werden für Gott den Rechten. Matthäus 12, Vers 10, und das finde ich, sage ich dir, ich sage Ihnen das, am Gerechtstag wird der Mensch ... Ich kann nochmal anfangen. Ich sage Ihnen das, am Gerechtstag wird der Mensch Rechenschaft geben für jeder eine Nutzel der Wut, der er gerät hat. Wir waren für alle Werte, wo wir Rechenschaft geben, wenn wir mit den Pfarrern kommen, und wir waren blind, und wir waren vergautet, und wir waren vergautet, und wir waren vergautet, und wir waren vergautet, oder wir waren vielleicht einen Lohn wahrgenommen worden, und wir waren vergautet, oder was nicht gaut wird. Wir waren alle vergautet, den Rechten zu bekommen. Aber besonders hier sage ich, die Führung habe ich vielleicht auch noch vertraut, oder so ein Gerät, was nichts nicht gautet bringt, und ich sage, wir wollen für jede andere Wut, wo wir verantworten machen. 2. Korinther 4, Vers 10, sagt er, wie man alle von Christus in der Rechten zu bekommen, hier von der gläubigen Person, wie man alle von Christus in der Rechten zu bekommen, dass ein jeder seinen Lohn kriegt, für was er in diesem Leben gedauert hat, auf Gott unterschlägt. 2. Korinther 4, Vers 10, Gida, gläubigen Person, kämpft vor Christus in der Rechten zu bekommen, und er sagt, wie wir wollen belohnen kregen, als Gott oder schlecht. Wir hatten eine große, große Schatz, die wir im Himmel hatten, eine große Belohnung, die wir zu kriegen haben, und wenn wir an das Hand geben, dann zu Gott, wo immer das Essen an das Leben, und wir haben dein Dummer an das Leben, dann die Belohnung blieb durch. Das war vielleicht. Aber wenn du eine Gelegenheit gehört hast, einen Braut oder eine Sasse mit zu sprechen, und du hast lieber ein Duhl geredet, dann wird die Belohnung wachgenommen. Du wirst die Belohnung kriegen, Geld oder schlecht. Ich weiß nicht, was das schaffen wird, was das sein wird, was das sein wird. Aber es wird eine Belohnung sein, für Geld oder schlecht. Das ist für gläubige Menschen, die von Gott seine Rechten zu bekommen. der wird auf die Brücke verordert, der so bewiesen hat, dass uns heute verändert ist, über den, dass Jesus an euch und uns persönlich her. Als wir geraten werden, dass Gott uns in der Nähe hat, den Heiligen Geist kommt in uns an. Und wenn wir den Heiligen Geist beleidigen, oder nicht harschen, wenn wir uns umklappen, was die Dinge tun, die gut sind, dann fangen wir uns an. Aber wenn wir in einem Fallen gehen, dann hast du in einer großen Saison in England, wie Gott verherrlichen. durch. In Kolosserfeuer versagt, sagt er, die Jünger reden, soll immer leuftulig und interessant sein. Bei mir gibt es einen Jüngern, so zu antworten, dass er Gott verarmt ist. Das wird anfangen zu passieren, in den Hort, wenn du den Heiligen Geist an die Regierern lädt. Die Verteilen wird leuftulig sein, wird interessant sein, dass du dich nicht sehen kannst, zu erheben über andere, du wirst prüfen, über jemanden zu sehen, und sagt, wenn er so antworten soll, dass er gut ist für dich. Und wir haben eine große, große Kraft hinter sich. Und ich sage, wir sind ans Hort, dass ich gerade sehe, wenn wir nicht das Hort haben, in Johannes 15, Vers 3, die sind all das, das wird gereinigt, das er nicht gereinigt hat. Er hat uns gereinigt. Das hängt sich nicht mehr an Gott. Er hat alles getan, und er hat alles gebraucht, für mich und die in dem Leben, in dem Gott soll ich sein. So dass, für mich und die es bloß Hangeben und das Luten. Wie kann ich nicht nehmen aus dem Salz? Wie kann ich sagen, wenn ich da alle Proven und dann wird das bitte erschaffen, wie wir uns Hangeben und das sind wirklich von Horten Hangeben, die in uns regieren können. Matthäus 15, Vers 4, Vers 35, Vers 37, sagte ich, ein gelder Mensch bringt aus seiner gelden Kummer gelde drüben. Ein schlechter Mensch bringt aus seiner schlechten Kummer schlechter drüben. Ich sage Ihnen das, am Gerechtstag wird der Mensch Rettung geben für jede Anhaltung, das er gerettet hat, weil es durch eine eine wird, weil er gerechtfertigt und durch eine eine wird, weil er verdammt ist. Er sagt hier, wenn du das in der Städte, dann lässt du Gott nähren, den Hort wegen, mit verarmem Leben, den Helgen jetzt lassen die abmüttern Gäude zu tun. Wenn du das in der Städte, dann lässt du deine Gäude Kummer abfallen, wenn du das Götchen wird annehmen, wenn du das alle Dinge, was Gott von dir verlangt hat, vielleicht alle Dinge hast, vielleicht vielleicht fehlt dir, sag ich, du das Gott lohnt an die Worte, was er belohnt hat für dich. Du darfst Gäude Dinge nennen ihm, Gott seine Worte gebeten und sie wieder unterhalten. Er sagt, dort kommt der Antrieb Rettung, wo man dort abfallend ist. Wenn du den Hort abfallend hast, mit allen Seiten dabei sind, wenn wir sagen, Movies watchen oder Spielhörchen oder alle Seiten, was den Körper kann schaden, dann trinken, Drugs, Falfreden oder all solche solchen Dinge, das alles nahe bringen, was er nicht Göt ist, das ist das, was er rückkommt. Und bei uns ein Mensch bringt Rütt, was er dann ist. Ein Guter Mensch bringt Rütt, was er dann ist. Dann sagt er, wie wir eine Rechenschaft geben, aber dann sagt er, in der 37. Vers, Matthäus 15, durch die eine Werte war ich gereichfertig und durch die eine Werte war ich verdammt. Das ist ein interessanter Ding, wenn wir denken, und Rheumatieren verschneiden dich auf, sagt er, wenn du mit dem Mühl gehst du aus herbekannt, dann sagt er, mit dem Mühl, da kommt der Rütt, dass du gehst du aus herbekannt, den Gläufs, der Gott von dort abgewirkt hat, warst du säilig. Mit denen wird warst du verdammt oder gereichfertig. wer von heute und gleich wird gereich, wer mit dem Mühl bekannt, warst säilig. In dieser Versch, der auf der Versch, das ist eine sehr schöne Versch für all die, die Jesus Hand genommen hat, der sagt, der Schreff sagt, das was Gott sehen wird, was Gott gesagt hat, der Schreff sagt, wer immer und am Gläuf war nicht zu schauen worden. Der wird in die Brücken, das ist sehr wichtig, wort die Brücken ans Mühl rückkommen hat, was von der Ursache das rückkommen hat, wo wir die Brücken tun, was von der Wirt wir brücken tun, wegen der sich mit uns der eine Wirt, wo wir uns verdammt gereichfertigen. Wenn der Jesus mit Mühl das Herr bekannt ist, hat er gesagt, was ist das eigentlich? mit denen eine Wirt. Das heißt nicht bloß, dass der Wirt im Mühl kommt, dass er dann dort alles ist. Er sagt, wer von heute gelaufen ist. Das ganze erste Ding, was passiert mit dem Hirt, dass er im Mühl rückkommen ist, der Wirt wird die Brücken das zu tun. Er hat ihm dort bekannt, weil er sagt, seine Person wird nie nicht zu schauen worden. Jesus auf einmal plötzlich kommt das an den Strich holen, und er hat die Welt auf einmal Hör sich zum Einkommen. seine Person, was das getan hat, mit Jesus Christus auf euch genommen, hat er mit ihm Mühl bekannt, in einem Horten gegleift, dort sind dann, welcher Platz sich da passiert, wenn er ja erst Tag oder danach die Wurst dann nicht zu schauen worden, dann kommst du wie Gott im Himmel an, so ist er fähig, schrebenhaft, wie mit dem Mühl bekannt, der Wart sei. Wir sind, wo wir Brücken sind, nicht bloß Lade, wir, das nicht bloß, die Tied sind, die Fällen, das nicht, für uns einfach zu nehmen, wo wir sein, oder wo wir sein, und das ist wirklich wichtig, wo wir die Brücken, das wird nicht einfach zu nehmen, denn wie kann du mit, können wir Gott lieben, und wir können Menschen pflegen, wo Gott offen sind, nur sie in ebenem Bild nur gemerkt. Wart wir da, mit uns wird, das ist wirklich wichtig. Mein Wanschengebet für jeden ein, und für mich selbst ist, weil wir wollen da, durchgedacht sein, mit dem Wirt, was wir brauchen, dass wir in Kansas für uns lesen, mit uns wird andere mitbringen, andere Sehnen, dass wir in Kansas in Deutschland bescheunen, das Frasch, der Wutersand verehnt, dort wird kein Holz umsand für dich. In nichts ist die Welt, dort wird mit Wirt, Brustproben der Tieter fallen, mit so viel Wirtes Mählich, und auf harten Seier, Grube, Dame, Schwinsche, und euch gerät, bloß zum Seigen der Tieter fallen. Seine Dinge ist dort, Gehirn, Gott seine Kinder nicht. So, was wir dann denken, bis zum Schluss der Verschen, ich spreche auch hier im Vers 20. Ein Mohn wird voll von was er sagt. Er wird voll von was er sagt. Er wird leben, mit dem sie in den Lappen geredet haben. Er hat ungenhaft gewollt, er wird dort leben. Und wer hier nicht redet, wird ihre Frucht mit ihrer Frucht leben. So, mit denen, von euch saßt in diesen Wirt, was du in ein Dach brücken lässt, was wirst du damit tun? Du hast gelegenheit, in Sehen zu sein, in Gott zu lieben, oder du hast gelegenheit, Menschen zu retten, in alle Sachen aneugiert. Schlechtest du damit zu tun? Was ist das? Ich will das, dass wir das erste wollen, dass wir verbedacht sind, was wir brauchen, dass wir anderen in Sehen sind, in und abbilden, in die Städte und vernichten. Aber zum Schluss noch zu beten. Vorher, wir kommen vor den Herr jetzt auch nicht, und wir wollen uns bedanken und die Herr, dass du so läuft wirklich was. wir wollen die danken, Herr, dass wir den Wirt haben immer gefragt, was du für uns hast, und besonders von dir auch, wen wir, was du gesagt hast, und wir sehen, was wir sagen dann. Vorher, wirst du uns ganz im Körper regieren, dass wir den Herr gehen, dass wir ihn können wirklich in Sehen sein, der andere und das wirst sein, dass wir nicht sehen, dass wir nicht wählen, dass wir unsere Duel geraten, dem falsches Zeichen geben, oder dass wir wirklich verbedacht sein, wenn er wird sein, dass wir erneuern, wenn er kommt, dass wir wirklich die lieben, die präsen, mit der Wirt, die wir haben. Amen. Amen.